15. Februar 1917 Hier liegen zurzeit über 3000 Verwundete und Kranke, wodurch natürlich das ganze Städtchen sein Gepräge bekommt. Die wenigen großen Gebäude wie Gymnasium, Post, Spritfabriken und so weiter sind den Verwundeten vorbehalten. Ein großes Priesterseminar ist Seuchenlazarett und die anderen Stationen sind auf viele, viele Panjehäuschen verteilt, wo es sehr gemütlich zugehen soll. Ein großer Teil der Verwundeten ist nicht transportfähig. Das Elend im Gymnasium ist unbeschreiblich. Der größte Saal ist immer zu klein für die sich täglich häufenden Kranken mit erfrorenen Gliedern. Im schreienden Gegensatz dazu, aber ganz gleich in der Wirkung, sind die von Flammenwerfern verbrannten Leute. Hitze wie Kälte macht Menschenfleisch zu schwarzer Masse. Es ist furchtbar. Gespenstisch wirken die dunklen Augenhöhlen aus dem Weiß der dicken Verbände. Erschütternd in ihrem tiefen Leid wirken die sogenannten schweren Säle. Jammergestalten, von denen manche schon ein Jahr transportunfähig mehr vegetieren wie Leben, fristen sich hier weiter von einem Tag zum anderen. Wahre Gerippe, die selbst Morphium nur vorübergehend betäuben kann, erwarten den Tod oder kämpfen auch je nach Veranlagung mit verbissener Energie dagegen an. Wenn morgen der Krieg zu Ende wäre, so würde er in den Lazaretten noch über Jahre hinweg weitergehen, wie hier das Beispiel mit Grausen zeigt. Wie schmerzlich berühren mich die Kopfverletzten. Wie entstellt wirkt ein Gesicht, wenn die Backe fehlt, Kiefer nur noch Fragmente sind und Augenhöhlen einen leer anstarren. Kriegslazarett-Elend. Nie wird man diese Eindrücke vergessen können.